Die Dralle, agonische Maid. Verbranntes Buch, beschädigtes Buch. Ja, leider, leider nicht so viel dabei. Ich mach mal hier so zwischenspeichern, ne? Weil ich das sonst so oft vergesse. So, für den Überraschungsmoment. Das war mal wieder sehr schnell vorbei. Silber Kriegsachs. Die sieht eigentlich ganz nice aus, aber ganz ehrlich, wofür? Süßkuchen. Lecker. Der überlebt sowieso nicht. Zack. Einfach weg. Wein. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Alles in allem lohnt sich die Tour hier nicht so doll. Erlesener Geschmack. Der Feinschmecker. Ja, auch den werden wir noch treffen. Eines Tages. Der agonische Bericht. Auch schon in tausendfacher Ausführung. Verbrannt, beschädigt. Ja, ja. Ein Wolfskopf. Ist aber ein normaler Wolf. Kein Bärwolf. Sonst hätte ich ihn erkannt. Wir sind, ne? Wir kennen uns alle. So, Himmelsrand für Entdecker. Also eigentlich genau das richtige Buch für mich. Hm. Sonst. Alles hier so ein bisschen spärlich eingerichtet. Wirklich Reichtümer oder sowas. Gibt's hier anscheinend nicht. Schmiede, Hammer und Amboss. Hm. Hm. Danke. Hier haben wir mal ein Trühchen. Easy. Nehme ich alles mit. Aber sonst. Ja. Ist, äh. Die Ausbeute ein bisschen mau. Finde ich. Und irgendwie war ich von der silbernen Hand doch krassere Kämpfe gewohnt. Wenn ich ehrlich bin. Der war allein. Okay, der war allein. Eisenpfeil. Septim. Vampir. Vampirstaub. Warum hat der Herr Vampirstaub? Äh. Ein Stirnreif. Ich meine, der wiegt nichts und ist viel wert. Also. Ich verfolge sie. Hübsch. Gefällt mir. Gefällt mir. Freistelltisch. Achtseptim. Oh, der Topf ist leer. Schade. Da hätte jetzt ruhig was zu essen drin sein können. So, an die Bücher kommen wir nicht. Also kommen wir schon, aber da ist halt nichts. Stahlwaren auf dem Essenstisch. So was macht man doch auch nicht. Refel. Nichts interessantes. Und sonst. Ja, nee. Können wir mal wieder speichern. Und langsam, still und heimlich weiter voranschreiten. Oh, ich sehe eine Kiste. Nein. Okay, wir sind hier nicht alleine. Ich räume mal von hinten auf, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Der ist down. Das waren alle, ne? Die beiden bloß. Ja, äh, mh. Er kommt bei 300, aber ein neues Gewicht. Wir müssen halt aufpassen, ne? Nicht, dass wir wieder zu voll sind. Tribunalmaske Silber. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Nehme ich mal mit. Komm, scheiß drauf. Eigentlich den Bogen sollten wir fast auch mitnehmen. Äh, das lohnt sich nicht. Silberkampfstab. Okay. Ich werde ihn ja doch bloß verkaufen. Hier noch irgendwas Gutes. Also klar, ein leeres Fass. Salz. Nehme ich nicht mit. Da ist nichts Gutes. Und... Ja, Lederstreifen. Lederstreifen kann man mitnehmen. Ein Holzschwert haben wir noch. Das können wir liegen lassen. Verbranntes Buch. Ein Geldbeutelchen. Ja, nehme ich, äh, gerne alles mit. Ist hier irgendwo... Ach, klar. Ebel. Hab ich nicht gesehen. War so dunkel. Ich bring die... Einfach alle um. So der Plan. Hm. Hm. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Dann kann der weg. Warte. Der... Kann auf jeden Fall aus den Favoriten raus. Dafür den hier. Und dann... Gruppieren wir den... Auf die zwei. Oh ja. Das ist einfach mal richtig angenehm. Eben als Bogen. Und wenn wir den noch verzaubern... Können wir damit richtig... Schaden machen. Oh, Entschuldigung. Wilkas tut mir... Tut mir wirklich leid. Er hat noch nach mir geschlagen. Aber ich bin halt voll eskaliert. Ich kann Wilkas da immer nicht so gut unterscheiden. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin halt alt und blind. So, ich hoffe. Wir müssen hier nicht jedes Fass kontrollieren. Die meisten sind bloß Deko. Oh, okay. Ah, 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 ah. Aber ich will da hin. Ähm. Wilkas, geh mal lieber auf Seite. Das könnte wehtun. Noch eine Truhe. Wein. Nein. Entschuldigung. Sorry, Bro. Ja, sehr viel Rüstung. Sehr viele Waffen. Ich glaube, ich ist die Schmiede. Und sie wollten auf alles gefasst sein. Oh, ich freue mich gerade so über den Bogen. Der ist mega nice. Okay, unerwartet, dass wir hier alleine sind. Ich dachte, man würde uns erwarten. Ja, gerne. Oh, Wilkas voll am Rasieren. So war das ein sehr guter Angriff. Geiles Teamwork. Wein. Ja, äh. Magiker, ja. Heilung, sehr gut. Leichte Rüstung verbessert. Geil. Sonst. Ja, gar nicht so spannend, ne? Das war's schon. Durchsucht hab ich sie, ne? Ja. Ich vergesse sowas manchmal. Bitte komm nicht bis hierher. Ja. Was hab ich getan? So. Weg mit dir. Die sind doch wirklich schwächer geworden, oder? Oh, Mist. Kann mir keiner erzählen. Was hab ich denn jetzt mitgenommen? Ich glaube, es war seine... Seine... Seine Haube oder so. Kann das sein? Pilzstiefel. Will ich nicht. Sonst? Ist alles unsers? Okay. Silberstreitachs gibt zumindest Kohle. Nice. Ich guck mich mal... erst kurz oben um. Werden mich diese Wehrwölfe jetzt angreifen? Ich will mit ihm reden. Er will nicht mit mir reden. Muss ich dafür... irgendwie... Muss ich erst wieder ein Wehrwölfe sein? Bzw. krieg ich das grad überhaupt hin? Ja. Geht. Ich teste mal. Er redet trotzdem nicht mit uns. Und so kann ich halt... nicht aufsperren. Ich würde sehr gerne... Weiß was. Ich fress. Ich knabber mal schnell... die ganzen Leichen hier ab. Werwölftalent. Sehr gut. Das war jetzt ein bisschen Verschwendung. Eigentlich schade. Aber dann futtern wir ein bisschen... und holen uns halt ein paar Skill-Punkte. Wenn wir schon Wehrwolf sind... können wir es ja auch schnell nutzen. Vielleicht kriegen wir ja sogar... zwei oder drei... Talent-Punkte noch hin. So, hier hat man eine Leiche. Oder soll ich einfach alles ablaufen? Ich meine... es lohnt sich halt, ne? Ich glaube, ich mach das mal. Ich lauf mal hier ein bisschen was ab. Esse die ein oder andere Leiche auf. Keine Ahnung. Schmeckt halt, ne? Kannibalismus. Zählt das denn eigentlich als Kannibalismus? Ich meine, im Moment bin ich ja kein Mensch, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt. Aber eigentlich bin ich ja ein Mensch. Deshalb frage ich mich. Ist das hier... eine entfernte Form von Kannibalismus? Hm. Hm, hm. 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 Hat mir... Hat mir hier nicht auch Leichen. Ach da. Na klar. Noch ein Derwolf-Talent. Wir sind jetzt bei zwei. Schon mal... ein guter Anfang. Hier sonst niemand, ne? Hier haben wir aber auch alles durchgesucht. Ich nehm jetzt mit, was ich kriegen kann. So, hier ist niemand gestorben. Schade. Aber hier. Zwei Talentpunkte haben wir. Aktuell. Es wäre halt echt cool, wenn wir noch drei hinkriegen. Weil es gibt ja auch, glaube ich, drei Wege. Dann muss ich mich nicht entscheiden, sondern mach einfach bei jedem Weg den nächsten. Und ich glaube, das ist der Eingang. Sonst wird hier... wohl nicht mehr viel sein, oder? Hier kamen wir rein. Ich meine, wir können draußen hier auch noch ein paar Leichen. Können wir schnell mitnehmen. Inzwischen ist es auch dunkel. Äh. Oder warte mal, war nicht überhaupt... Doch, draußen war mindestens eine Leiche. Ich glaube sogar zwei. Oder auch nicht. Oder war das weiter vorne? Ich bin mir schon wieder nicht mehr sicher. War das... Irgendwo hier? Ach, hier. Nein, ich... will... Essen. Danke. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen erst weitergehen. Kann ich auf dem Rück... Ich kann auch bestimmt auf dem Rückweg auch einfach... den Wehrwolf killen und aufsperren, oder? Weil aktuell... finde ich das hier schon sehr, sehr cool. von der anderen Seite verriegelt. Wir werden also... vermutlich nicht diesen ganzen Weg... zurücklaufen müssen. Aber jetzt habe ich Blut geleckt. Ich... Ich will das jetzt komplett... noch das dritte Talent. Ich muss noch ein bisschen was futtern. Ich kann ja einfach trotzdem zurücklaufen. was ist die Idee? So machen wir das. So, hier hatte ich ja schon... Was habe ich alles hier futtert? Sonst war hier nichts. Die Truhe ist bereits leer. Und im Keller waren wir ja gerade. Praktisch im... Ich denke, Weinkeller. Ich sehe hier wenig Bier. Dafür viel mehr Wein. Wo ist denn der andere eigentlich? Ist noch da, okay. Muss ich mir keine Sorgen machen. So, hier war weiter nichts. Und hier waren wir ja stehen geblieben. Das kann ich alles nicht aufmachen, bis ich nicht... zumindest ein bisschen weiter bin. So. Essen. Ich laufe dann, glaube ich, am Schluss einfach den regulären Weg wieder zurück. Wir schauen bei der Abkürzung bloß kurz rein. Äh, hier Loot. Looty, Loot. Werwolf, der ist leider tot. Mensch und Fleisch. Ich nehme sie, glaube ich, nicht mehr mit. Warum auch? Weißt du, ich... Ich will damit ja nichts zu tun haben. Ich fresse auch nur unsere Feinde. Oder Jäger, die mir zufällig über den Weg laufen. Kommt vor. Oder... Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, hier hinten. Okay. Ja, ich glaube, die Silber in der Hand wird diesen... Ort nicht lebend verlassen. Wir haben alle, ne? Schaffe ich es noch auf den nächsten Talentpunkt? Boah, das wäre so gut. Ich nehme sie jetzt mit. Äh, Stahlpfeil. Ja. Hier drüben der Kollege. Komm schon noch. Ein Talentpunkt. Ja. Wir haben unser Ziel geschafft. Nice. Äh, komm, wir schauen schnell. Hier können wir. Hier können wir. Und hier können wir. Wie schaut der Baum jetzt aus? Schon ganz gut. Der Talentbaum eines Lykaners. So, hier irgendwo zufälligerweise was Cooles versteckt. ja gut, offensichtlich nicht so. Schade. Ah, was haben wir denn hier? Schlossknackens, Veränderung, Trankmischerbeutel. haben wir also doch ein kleines Versteck gefunden. Zwischendurch mal wieder speichern. So, hier ist glaube ich weiter nichts versteckt. Wo bin ich denn hier? Starke Heilung. Angenehm, angenehm. Zwei Stück bloß. Drei? Okay. So, zwei von drei sind tot. Der hat auch wieder eine Tribunalmaske auf. Nice. Ich weiß nicht warum, ich finde die irgendwie cool. Ich würde die gerne sammeln. So, wir haben alle, äh, wir haben die Silberhand hier anscheinend komplett ausgerottet. Ich fress mal schnell. Dann schaue ich, ob ich mich irgendwie hoffentlich zurückverwandern kann. Er schreit, ja. wenn ich warte. Ich meine, aktuell ist ja noch Nacht. Wir warten mal, bis Tag wird. Vielleicht hilft das ja. Achso, hätte ich nicht noch mal warten brauchen. Okay. Gut, dass wir wieder bei Menschengestalt sind. fühle ich mich doch sicher. Alter, der hat hier richtig Kohle dabei. Boah, das ist auch dieses Rudenverzierte. Die kann ich nicht verkaufen. Die muss ich leider sammeln. Und das ist mir auch ein bisschen unangenehm, dass der Herr jetzt nackt ist, aber ja komm, was soll ich machen? Du kannst nichts für mich tragen, ne? Zwei Handwaffen, ja, fühle ich halt leider nicht so, bin ich ehrlich. Ich, ich muss mich erst mal setzen. So, ich würde hier gerne die Fragmente nehmen. Schlammgrabenchitti nehme ich mit und das Buch. Ja, zurückkehren, das ist jetzt leider gar nicht mehr so einfach. So, nochmal Eisenpfeile. Oh, jetzt kriege ich Schluck auf. Warum kriege ich jetzt Schluck auf? Äh, Lesenkrieger. Geschrieben von Reven, wer auch immer das sein mag. Ein kleines Geldbeutelchen. Chronologie, ja. Asie, Dreieger, okay, ich kriege es nicht. Das geht nicht. Und ich habe das Gefühl, ich werde Dinge wegwerfen müssen. Das gefällt mir nicht so. Oder ich muss wieder zwischenlagern und wir reisen hin und her. darauf wird es vermutlich hinauslaufen. Ja, ist ja, ist ja ganz nett. Aber ich fühle die leider nicht so. Weißt du, weißt du, Zum Verkauf, mir sind es sowieso zu schwer. Kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an. Und ich würde erstmal ein bisschen was nach Hause bringen. Und wenn wir dann sowieso zurückkehren, kümmere ich mich um den letzten Werber. Den holen wir raus. Vielleicht greifen wir uns nicht an und wir können ihn leben lassen. Und ansonsten ja, bringe ich den halt um. So, haben wir perfekt abgekürzt. Ich bräuchte noch, bevor ich rausgehe, irgendetwas, wo ich mal kurz einlagern kann. Habe ich hier in den Beistelltisch geschaut. Ja, der ist leer. Ich hasse es, überladen zu sein.